Weiter geht es mit unseren Überlegungen zur Navigation. Im vorherigen Video hatten wir hier Navigationstechniken zur Ausschnittswahl. Und bei der Navigation auf Ausschnittsebene haben wir ein großes Objekt und in dem müssen wir einen Teil anzeigen. Das bedeutet natürlich, dass wir irgendwie eine Struktur brauchen, mit der wir sagen können, das ist weiter oben, weiter unten, weiter links, weiter rechts, früher, später, was immer das ist, das müssen wir darstellen können. Wir brauchen also so eine Struktur. Dieses Objekt muss strukturiert sein, sonst ginge das ja gar nicht. Was wir jetzt machen wollen ist, wir kümmern uns um Navigation auf Index-Ebenen. Das heißt, wir gucken nicht in ein Objekt hinein und machen da eine Auswahl drin, sondern wir haben viele Objekte und für diese Objekte haben wir ein Index erzeugt, damit wir navigieren können und diesen Index selber, durch diesen Index selber navigieren wir nun. Häufig werden diese Techniken natürlich in Kombination verwendet. Zum Beispiel könnte dieser Index jetzt ja wieder zu groß sein und dann muss ich ja in diesem Index wieder irgendwie Möglichkeiten der Navigation haben und könnte darum wieder blättern oder scrollen. Das wären Möglichkeiten. Also sieht das nicht so an, als gäbe es immer entweder genau solche Navigationstechniken oder genau solche Navigationstechniken. Die Trennung ist ein bisschen eine analytische Trennung, dass man sagen kann, es gibt etwas, was man unterscheiden kann, aber in der Realität kommt es häufig in Kombination vor. Was sind das für Techniken, diese Navigationstechniken auf Index-Ebene? Ich habe schon gesagt, es gibt einen zusätzlichen Index und durch den navigieren wir jetzt irgendwie. Da gibt es ganz typische Techniken für, die sich etabliert haben. Es kann natürlich weitere geben, ich erzähle euch welche, die es üblicherweise schon gibt, aber die, sagen wir mal, die Anforderungen daran und die, wofür das gut ist und was das ermöglicht, das kann man natürlich auf neue und weitere Techniken übertragen. Aber übliche Techniken sind zum Beispiel Menüs für hierarchische Strukturen. Da kennt man Menüs. Wenn man Kategorien bildet, bieten sich Reiter an, also diese Tabs, wie man modern sagt. Im Deutschen ist es dann Reiter. Wenn man eine Netzstruktur hat, was wir wirklich nur am Rande hier interessant finden, dann sind lokale Karten interessant. Und wenn es darum gehen soll, wie bin ich irgendwo hingekommen in dem Ganzen, wie verhält sich das zu dem Ganzen in einer hierarchischen Struktur zum Beispiel, aber auch in einer Netzstruktur geht sowas, dann können wir über Breadcrumbs sprechen, über Pfade. Und da gibt es natürlich Unmengen weitere Techniken, die es teilweise schon gibt, teilweise welche, die ihr euch ausdenken könnt. Aber die Anforderungen sind natürlich immer irgendwo die gleichen, nämlich dass ich einen Index habe und diesen Index auf eine Art und Weise darstellen muss, dass ich ihn mir erschließen kann. Also die Erschließbarkeit ist wieder das A und O. Fangen wir mit den Menüs an. Und Menüs sind eine Technik, die es wirklich schon lange gibt. Also sobald man da hingekommen ist und gesagt hat, ich möchte vielleicht jetzt nicht eine Kommandozeileninteraktion haben, sondern etwas haben, wo mir an einem Textbildschirm etwas angeboten wird und ich da eine Auswahl treffen kann, kommt man fast zwangsläufig zu Menüsystemen. Und oben rechts sehen wir ein solches. Die Software hatte ich auch schon vorher einmal angesprochen. An einer anderen Stelle, wo es um Erschließbarkeit ging, welche Tastenkombinationen man so verwenden kann, das ist die Software Apple Works, hier in einem Emulator, in einem Apple II Emulator. Und was ihr hier seht, ist ein Menü, ein ganz klassisches Menü. Also hier sind mehrere Möglichkeiten, mehrere Funktionen, die ich ausführen kann und die sind durchnummeriert von 1 bis 6. Und ich kann dann jetzt einen Punkt daraus auswählen, zum Beispiel indem ich eine Nummer eingebe oder auch indem ich die Pfeiltasten benutze. Und wenn ich dann auf die Eingabetaste drücke, auf Enter drücke, dann öffnet sich ein Untermenü. Untermenü und in dem Untermenü kann ich das Gleiche wieder machen, bis ich irgendwann natürlich mal zu einer Funktion gelange und nicht nur in Menüstrukturen mich aufhalte. Ja, dieses Menü, diese Menüart und Weise hat Tradition. Gibt es teilweise heute noch. Also vor allen Dingen mal so Einstellungsmenüs von Fernsehern sind gerne mal noch so. Das ist ein bisschen altmodisch, das so zu machen. Denn das Problem ist, wenn ich eine neue Menüebene öffne, dann ist die vorherige Menüebene komplett verschwunden. Das heißt, wir haben diesen absoluten Kontextwechsel oft. Dem kann man ein bisschen begegnen, indem man hinschreibt, wo man hergekommen ist zum Beispiel, sodass man die Möglichkeit hat, wieder zurückzugehen. Und hier ist das eigentlich noch auf eine interessantere Art und Weise gemacht worden. Die, was hier bei Apple Works verwendet wurde, nämlich diese Karteikarten, die aber nicht jetzt wie so Tabs angeordnet sind, dass ich da oben Reiter auswähle und dann sage ich, nehme den dritten oder vierten, sondern die liegen dann immer voreinander, die verschiedenen Menüebenen. Aber ich kann dann halt immer die dahinterliegende Menüebene noch sehen. Das ist natürlich eine interessante Art und Weise, das zu machen, weil da ein gewisser räumlicher Kontext immer erhalten bleibt und auch die Zugreifbarkeit auf die obere Menüebene immer gewährleistet bleibt. Interessante Technik. Hat sich dann allerdings nie weiter so durchgesetzt. Gab es nur in diesem Umfeld des Apple II in den 80er Jahren, also zu einer Zeit, als die grafischen Nutzungsschnittstellen moderner Art mit dem WIMP-Interface, also Windows-Icons, Menüs und Pointing-Device, schon verbreitet waren. Es gibt aber durchaus einen Bereich, wo diese ganz klassische Menüstruktur dann doch wieder zum Vorschein kommt, und zwar bei Smartphones. Schaut euch auf der rechten Seite das an. Da seht ihr die Einstellungen aus meinem iPhone. Bei Android ist das ziemlich ähnlich, da braucht man also gar keine großen Unterschiede zu machen. Und was haben wir hier? Wir haben ein ganz klassisches Menü. Das ist dem oberen von Apple sehr ähnlich, außer dass wir keine Zahlen hier stehen haben, sondern wir müssen halt etwas antippen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt dann so etwas antippen würde, wie Kontrollzentrum, dann baut sich wieder eine neue Seite auf und die hat wieder lauter solche Menüquote. Und ich habe dann die Möglichkeit, zum oberen wieder zurückzukommen, dadurch, dass ich oben so einen Zurückknopf kriege. Das ist ziemlich vergleichbar mit dem, was da in den 80er Jahren beim Apple II auch schon gemacht wurde. Ja, bei WIMP, da steckt das Menü ja schon drin. Also Menüs sind bei WIMP sehr zentral. Und wie die aussehen, das kennt ihr sicher alle noch, auch wenn sie heute seltener werden. Mac-Nutzer kennen sie immer. Da ist es wirklich immer noch sehr zentral. Aber im Windows-Bereich sind sie etwas weniger geworden. Und auch in manchen Unix-Distributionen habe ich schon Software gesehen, die keine Menüs dieser Art mehr hatte. Schaut es euch hier an. Ihr habt das Menü. Dieses Menü ist normalerweise oben in der Bildschirmleiste. Und ihr könnt da etwas anklicken und dann klappt ein Untermenü auf. Das ist eine Navigationsart in beiden Fällen für eine hierarchische Struktur. Ihr könnt diese Menüs als Baum aufzeichnen und an den Blättern hängen quasi die einzelnen Funktionalitäten. Könnten auch Inhalte dran hängen. Wir könnten solch ein Menü ja auch machen, um irgendwelche Inhalte anzusteuern. Hier sind es jetzt nur mal Beispiele, wo es um Funktionalitäten geht. Dieses Menü, diese Art der Menü-Darstellung hier ist ein Kompromiss für einen Designkonflikt, nämlich der Vollständigkeit, den wir ja fordern. Das wäre ja das Maximum der Erschließbarkeit gegenüber der Übersichtlichkeit. Diesen Designkonflikt hatten wir ja im letzten Video schon. Was ist vollständig? Was ist hier vollständig? Was würde das bedeuten? Das würde hier bedeuten, in diesem gegebenen Beispiel hier bei Keynote, ich hätte irgendwo einen Bereich, wo sämtliche dieser Funktionalitäten als Button oder so aufgeführt sind und dann hätte ich natürlich alles im Überblick und könnte direkt auswählen. Das wäre zwar praktisch, weil ich diesen Überblick halt schnell kriegen kann. Es wäre aber sehr von Nachteil, wenn es mir darum geht, dass ich mit dieser Software ja auch noch etwas bearbeiten möchte. Ich muss also diesen Designkonflikt hier austarieren. Die Folie, die ich in Keynote bearbeite, muss ja groß genug sein. Also habe ich eigentlich nicht genügend Platz und das ist dieser Designkonflikt. Und wie hat man ihn hier austariert? Und das ist eine Standard-Austarierung gewesen über Jahrzehnte. Die oberste Menüebene lässt sich relativ leicht und platzsparend immer darstellen, gerade eben, indem man oben so eine Zeile nutzt, im Fenster oder im Bildschirm. Und alle unteren Ebenen werden dann eingeblendet bei Bedarf. Das heißt, wir haben hier ein Aufdecken bei Bedarf in so einem Menü, ein Progressive Disclosure. Das ist, wie gesagt, auf dem Rückzug teilweise berechtigt und teilweise nicht. Es ist dann berechtigt, wenn wir diesen Platz auch nicht haben oder wenn wir nicht diese platzsparende Variante verwenden können. Diese platzsparende Variante funktioniert ja dann gut, wenn wir eine Technik einsetzen, die eine sehr genaue Positionierung ermöglichen oder wie bei Apple noch den Trick machen, dass wir das oben in die Leiste bringen, sodass wir quasi den unendlich großen Button nutzen können. Denkt an FittsLaw. Das heißt, für eine Mauszeigertechnik, eine Technik mit einem Zeiger am Bildschirm, sind diese Menüs ganz gute Lösungen. Aber wenn ich zum Beispiel Touch haben möchte, dann ist das so am Bildschirmrand schwierig und auch zu klein. Ich müsste also größere Elemente verwenden und dann wird dieser Designkonflikt sich wahrscheinlich austarieren müssen. Es kann auch sein, dass wir eine Software haben, bei der die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Menü jemals nutzen müssen, gering ist. Solche Software gibt es ja. Also ein Webbrowser zum Beispiel, da könnte ich mir relativ gut vorstellen, dass sehr viele Leute den verwenden, ohne jemals ein Menü aufrufen zu müssen. Und wenn sie das Menü dann doch mal aufrufen müssen, ausnahmsweise mal, dann kann man vielleicht einen zusätzlichen Schritt spendieren und dann kann man es auch rechtfertigen, dass man nicht schon sieht, welche Auswahlen ich habe. Denn der Vorteil hier ist ja auch, ich sehe schon, welche Kategorien, welche Hauptkategorien es gibt. Das hilft natürlich, mir darüber nachzudenken, was ich wohl machen muss und wo ich wohl reingehen muss. Wenn ich da mich gegen entscheide, dann verwende ich zum Beispiel dieses Burger-Menü, wie wir das hier sehen. Also die drei Striche da und diese drei Striche untereinander, das nennt man dann Burger-Menü, weil das ein bisschen aussieht wie ein Burger. Es ist aber natürlich eigentlich eine bildhafte Darstellung eines Menüs durch Reduktion auf die globalen Eigenschaften, also keine ganz fein detaillierte Darstellung eines Menüs, sondern eine vereinfachte Darstellung, eine abstrahierte Darstellung. Aber es soll natürlich ein Menü darstellen. Ich finde den Namen Burger-Menü eigentlich ganz schön. Im Microsoft-Umfeld ist es mittlerweile üblich, nicht diese drei Striche zu nehmen, sondern Punkt, Punkt, Punkt auf ein Icon zu schreiben, auf einen Button zu schreiben. Für hier gibt es weiteres. Das ist ja die Konvention für Punkt, Punkt, Punkt. Das funktioniert natürlich genauso gut und da wüsste ich auch nicht, das eine vor dem anderen zu bevorzugen. Das ist halt da so und hier so, aber es macht eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Der Nachteil dieser Sache ist natürlich, ich habe diese erste Ebene nicht mehr zu sehen, was natürlich dann heißt, dass wenn ich etwas suche in dem Menü, ich dieses Menü dann aufklappe und dann erst mal mich dann orientieren muss in dem Menü, was ich vorher sonst so quasi nebenbei machen konnte, dadurch, dass ich die oberste Ebene schon gesehen habe. So ein Burger-Menü ist also durchaus zu rechtfertigen, die Verwendung eines solchen, aber halt nur in bestimmten Situationen. Man sollte also eine Austarierung machen und die ist vom Kontext abhängig. Das heißt, überall das gleiche User-Interface zu verwenden, ist keine gute Idee, denn dann ignoriert man den Kontext. Und dass man verschiedene Kontexte hat, wenn man verschiedene Ein- und Ausgabetechniken nutzt, das liegt ja auf der Hand. Also sollte man da nicht unbedingt die gleiche Technik benutzen. Ich habe eben einen der großen Unterschiede zwischen den großen Betriebssystemen macOS und Windows, zumindest im Nutzungsbereich, im Nutzerbereich, sind es ja die beiden großen Betriebssysteme im Bereich Laptop und PC. Da ist einer der großen Unterschiede, dass es bei Apple immer diese Menüleiste gibt. Bei Windows gab es sie auch immer. Sie war halt nur ans Fenster gekoppelt. Und wir haben schon mal gesagt, beides hat Vorteile und Nachteile, die beim Mac erreiche ich schnell und gut. FitzLaw hilft mir da. Dafür ist die Zuordnung schwierig, denn ich weiß nicht, zu welchem der Fenster auf dem Bildschirm diese Leiste gerade gehört. Zumindest ist das nicht so eindeutig. Das war bei Windows eindeutiger. Da war die Leiste immer am Fenster. Dafür ist es ein bisschen schwerer, diese Menüs zu treffen. Bei Microsoft ist man hingegangen und hat mit Windows 8 und auch mit den relativ aktuellen Versionen von Windows 10 dieses Menü eigentlich abgeschafft. Das heißt, viele Anwendungen haben diese Menüs natürlich noch. Wenn ihr zum Beispiel Notepad mal öffnet, den Editor, da habt ihr das Menü ganz klassisch drin. Aber andere haben das nicht mehr und haben es abgeschafft. Und alle Modern Applications hatten es erst mal nicht mehr, dieses Menü. Also ein Edge zum Beispiel hatte das nicht mehr, aber auch die Wetter-App oder die Mail-App, alles, was dieser Modern-UI-Philosophie genügt, hat keine solchen Menüs mehr, sondern stattdessen immer die Punkt-Punkt-Punkt-Menüs. Jetzt ist man dann bei Microsoft irgendwann aber wohl auf den Trichter gekommen und hat gesagt, oh, diese Menüs haben aber ihre Vorteile. Man sieht ja die oberste Ebene und sowas, also was ich eben gesagt habe. Und deswegen ist man hingegangen und hat die als Design-Elemente in dem Template-Satz, in dem Widget-Satz, also man kann sich ja bedienen aus vorher vorgefertigten Design-Elementen, Windows UI Library heißt die. Und da hat man das wieder eingefügt. Und da sind dann genau diese Arten von Menüs beschrieben. Und finde ich schön, dass das dann jetzt hier beschrieben wird als Menu Flyout Item und ganz neu eingefügt wird, als ganz neue Technik. Man braucht nämlich Windows 10 Version 18.09, um diese Menüs auch verwenden zu können. Das ist jetzt natürlich auch schon wieder ein paar Tage her, aber 2018 war jetzt natürlich lange, lange, lange Zeit später als die Erfindung dieser Menüs. Aber man ist halt wieder damit zurückgekehrt. Man sieht aber zum Beispiel, wenn ich mir das jetzt hier angucke, diese Elemente sind ziemlich hoch. Das heißt, es ist optimiert dafür, dass ich auch mit Touch diese Menüs jetzt trotzdem benutzen kann. Was ich bei den klassischen für Maus-optimierten nicht kann, weil da sind die Elemente ziemlich schmal und da ist man mit dem Finger, wo man ja direkt immer treffen muss, manchmal sehr im Nachteil. Wie viele Menü-Elemente sollte man haben? Also wenn man so ein Menü hat und klappt das auf, wie viele Unterpunkte sollte es da geben? Gibt es da Regeln für? Natürlich gibt es viele Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben und es gibt auch viele Regeln und eine sehr beliebte Regel, die häufig zitiert wird, ist die von den 7 plus minus 2. Die goldene Zahl 7 wird dann häufig dazu gesagt oder im Englischen Magical Number 7, magische Zahl 7, ob golden oder magisch, na gut, sei es dahingestellt, jedenfalls wird diese Zahl häufig genannt. Wo kommt die her? Die wird immer begründet mit Untersuchungen, die in den 50er Jahren schon gemacht wurden und die angeblich uns helfen würden, zu sagen, wie viele Menü-Elemente man haben sollte. Wenn ihr das mal irgendwo findet, dann erinnert euch gerne an diese Vorlesung und erinnert euch daran und da lehne ich mich auch nicht weit aus dem Fenster zu sagen, das ist Quatsch. Diese Untersuchung hat es natürlich gegeben, aber was hat man eigentlich gemacht in dieser Untersuchung? Man hat untersucht, wie viele Elemente man sich als Mensch merken kann. Man hat ein Experiment gemacht, da hat man den Leuten nacheinander Elemente gezeigt, nicht zusammenhängende Gegenstände gezeigt und dann hat man zwischendurch was anderes gemacht, damit die Leute nicht die ganze Zeit irgendwie im Kopf wiederholen, was das für Gegenstände waren. Die sollten also abgelenkt sein und dann hat man die Leute nochmal gefragt und hat gesagt, an welche Gegenstände erinnern sie sich und dann ist herausgekommen, dass die Leute zwischen sieben zwischen fünf und neun Elementen sich merken konnten und da kam die magische Zahl sieben dann her und dann wurde diese Zahl häufig irgendwann aufgegriffen und ins User Interface Design übersetzt. Unter anderem auch in der ISO 9241, was ich einigermaßen erstaunlich finde. Denn wenn man sich mal überlegt, was hier gemacht wurde, dann passt das überhaupt nicht zu dem, wofür man es verwendet. Denn es ging ja in dem Experiment darum, wie viele unzusammenhängende Chunks, also unzusammenhängende Dinge, kann man sich eigentlich merken nach einer gewissen Zeit. Und da ist man drauf gekommen, ja, sind so fünf bis neun. Neuere Untersuchungen sagen übrigens, das ist wahrscheinlich überschätzte, eher weniger. Aber nehmen wir diese sieben einfach mal hin, sagen wir mal, es wären sieben. Ja, kann man sich tatsächlich nur sieben Dinge merken? Wie viele, ja, früher hat man gesagt, wie viele Telefonnummern kennt ihr? Wahrscheinlich sind es heute fast keine. Da frage ich mal, wie viele Passwörter kennt ihr? Sind das nur sieben? Das sind bestimmt mehr. Oder Pinnummern und vielleicht Kombinationen aus Passwörtern und Pinnummern. Da kennt man doch Unmengen. Warum sollten das nur sieben sein? Dieser Test gibt ja an, wie viel Nichtzusammenhängendes und Nichtzusehendes man sich merken kann. Aber wenn ich ein Menü habe, ein Menü ist doch genau anders. In einem Menü zeige ich doch zusammenhängende Elemente an. Also ich gruppiere doch in einem Menü nicht beliebige Dinge, sondern Dinge, die einen gewissen Zusammenhang haben. Ich habe ja hier eine semantische Struktur in einem Menü, zumindest meistens. Und wenn ich das Menü aufklappe, dann sehe ich sie dauerhaft. Das ist ja genau der Vorteil von solchen grafischen Nutzungsoberflächen, dass ich das dann persistent am Bildschirm sehe. Es geht ja gerade nicht darum, dass ich Dinge frei erinnern soll, sondern ich soll eine Auswahl treffen. Und da ist dann wichtig, dass ich die richtige Kategorie finde und dann sehe ich die Elemente und dann finde ich auch die Auswahl. Es geht genau ums Auswählen statt Erinnern. Das heißt, diese Regel anzuwenden auf Menüstrukturen ist wirklich absoluter Unsinn. Und wenn ihr das irgendwo findet, dann nehmt es vielleicht einfach hin. Es steht auch häufig in Design Guidelines. Nehmt es hin, wenn da steht nicht mehr als sieben, dann macht halt nicht mehr als sieben. Aber ergonomisch ist das zumindest nicht so begründbar, wie es hier begründet wurde. Soviel zunächst mal zu den Menüs. Und es gibt im Bereich der Navigation auf Index-Ebene noch eine ganze Reihe weiterer Techniken, zu denen ich im nächsten Video gerne kommen möchte.